Sind Sie jemand, für den mehr als die Hälfte dieser Geräte nicht nur schöne Accessoires an einer Wand sind? Sind Sie jemand, der es mit den Kräften in seinen eigenen vier Wänden selber aufnehmen kann? Sind Sie jemand, der sich bei seinem liebsten Spielzeug nur auf sich selbst verlässt? Sind Sie jemand, der immer einen Plan im Kopf hat? Dann können wir sie in unserem Team gut gebrauchen. Dann sind Sie der richtige Mann für unsere Heimwerker-Specials. Jeden Montag und Freitag um 22 Uhr und jeden Donnerstag um 21 Uhr. Ziehen Sie sich bloß nichts Gutes an. Wir warten auf Sie.